ja nice und damit zum zweiten versuchen herzliches willkommen zu unserer special folge ssl in einer folge die so wahrscheinlich weltweit gar nicht gibt und zwar dass sieben leute in einem match gleichzeitig irgendein level ab oder abgeräut was auch immer machen wenn wir zweimal level 100 nein dreimal level 100 zweimal einen stern und zweimal drei sterne mit dabei ich habe den discord nicht offen keine ahnung sumpex tantus niklas amtufu klein und ich und fand er opfert sich dass wir alle sieben gleichzeitig hier ja gewinnen dürfen weil nur so funktioniert der ganze spaß ich habe da mal rausschrieben wer wie viel xp restzahl heißt wie viel damage jeder machen muss wir fangen da so eine range an mit 35 bei sumpex so viel braucht er noch und ich ne niklas braucht noch 105 das ist so die spannweite an xp die fehlt sollte easy gehen fand er wird dauerhaft overchargen das kann mein damage umrechnen wir haben 3,01 multi kriegt ihr mal das mal zwei ich wahrscheinlich habe ich aber so eine rolle ich kann es nehmen disco wollen schön dass du ja kann ich es egal ich habe ich habe kamikaze der error trifft bevor mein roller den impact macht das passt ja wir sind alle im voici wie ihr hört weil am ende wird es lustig alle nehmen auf heißt am ende der folge gibt es einen kranken gegenschnitt von dem synchronen abgeräut von sieben leuten bin ich gespannt bin ich echt gespannt wie das dann wird alle nehmen auf ich habe sowas noch nie geschnitten aber hey ich fand du kannst overchargen bloß nicht aufgehauen ich habe moons können die map komplett zerfliegen kannst du mir mal kurz den berg unter mir weg schießen ja ich muss aber aufpassen mich an black hole shockwave hat niklas weiter mal damage mia hat micha wäre sogar schon drüber der braucht 130 160 aber schiebt man kann trotzdem schießen natürlich auch micha macht auch rocket fire da kann ich hier bitte mal kann mir hier ja groovy oh mein gott ich meine wir haben doch 6000 hp zu spielen wir haben zeit aber bitte nicht hochbauen ok ich habe erst freu ich brauche ja runde mir haben auf so viel damage zu machen ja jetzt ist noch safe ich war 120 was war das all grit airstrike nicht schon wieder oder ok also ich brauche 330 damage ja bin ich bald dran zum packs und dann tufu und tandus sollten eigentlich was mal ich habe ein bouncy ball geil ja kein bouncy ball schießt overcharge ja würde ja nichts weiß was ich overcharge trotz bei mir hat das ist ein breaker chain in einer ak bei mir gerade was geht denn da ab da war schon hey wir hatten jetzt eine doppelwaffe wir hatten den versuch 1 deswegen sage ich versuch 2 erst einmal ein disconnect ja internet in deutschland von euch den berg vor mir weg schießen ja ich habe dollar bills und ganz probiert ich könnte ich könnte runter schießen ich benutze ich habe nur weg macht kein der mensch macht dann wenn ich ein bisschen der mensch macht es auch nicht was hast du was kannst du mich macht und bloß weg schießt ich brauche halt noch monat ich kann sich machen ich kann es gleich machen ich brauche noch 15 und du hast overcharge jetzt weil ich habe super ball als super ball schießt ich habe ja overcharge gerade stimmt schöne snipe ich glaube werden die geschossen mir braucht bis 130 der ist bei 600 mir du reichst eigentlich du kannst du kannst eigentlich erst einmal zwei runden overcharge oder so wer wäre schon gerade nicht guter bei sumpex sumpex braucht nur 30 ok ich mache overcharge aber ich mache jetzt ein ja ja ein ein zwei runden ja ich habe schredders also das könnte nächste runde zerstören ja stimmt ich meine er hat noch er hat noch 5k er hat 6000 ap ja ich glaube ich müsste jetzt auch durch sein 36 noch ich meine thandos hat ausreden jeder muss 900 machen ich habe 35 ich wäre auch safe tatsächlich ich mache noch mal ak und dann mache ich auch eine runde overcharge kostet 100 gehen ja da könnten sogar 120 gehen sumpex hat gar keinen waffengrad ne hab ich tausend damage na fast lass mal kurz turn 10 ja lass mal kurz dann zu turn 10 den damage durch checken mit meiner liste das war mal kurz ein überblick haben er hat einfach den wind berechnet das war kein ebay das war nicht mehr sumpex ja wobei wenn ich das auf die schnelle sehe sumpex wäre sogar safe sumpex wäre mit 140 damage safe overcharge doch einfach ist doch kein problem oder machen fortify scheiß egal aber ich könnte euch vielleicht runter bauen mit dem ding somit willst du noch mal stehen bleiben oder wie ist das mit dir geplant das ist doch vielleicht warte mal kurz jetzt haben wir ein game aus low ist zuzuschauen aber anders geht das nicht du kannst nicht 7 Leute zum sieg führen im deathmatch da gewinnen halt maximal vier das ist so das grundproblem ich setze die runde aus hat jeder sein damage erreicht ich setze die runde aus lass die runde und dann check ich den damage gegen okay passt ich kann schon mal mich und mich gegen checken wobei ne das ist gerade noch sortiert mache ich gleich das ist ein schöner schluss wir sind alle durch vom damage wieso darf ich keine mehr die mädel schill doch einfach mal deine nüsse weiter wie viel rot war das okay pass auf Mia hat ein gut miha safe durch den braucht eigentlich 130 tandus hat 500 der braucht 180 ich hab 516 bräuchte 330 klein ebay bräuchte 270 auch durch niklas bräuchte 350 das ist auch drüber am tuffo 170 dass er von sumpex bräuchte 120 also wir sind alle drüber aber wir spielen noch mal wir hauen uns alle noch mal auf 600 ungefähr ja auf jeden fall dass am besten alle auf 600 minimal am besten mal sumpex dann aber runde libern lassen ja wir haben wir mega new da kann ich eigentlich mein oddball reinschießen hä hä drecks scheiß ding da ey ach soo das war sehr sehr close aber ich hab mich zu mir selbst gesucht hallo oddball wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich ein imp habe fahrt bitte ganz weit weg ich will den trotzdem nein machst du nicht wie wärst du mit nein wie wärst du mit nein ich will den trotzdem schießen how about now i don't know sumpex äh willst du dich nicht mal drei meter nach rechts bewegen ja reihe ich ja freilich reicht zum damage aber bin halt nicht ich finde es gut dass ich noch nichts gemacht habe das ist halt geile tausende von hp 0 0 0 wo ist eigentlich my buff auch da super perfekt das würde mal biegen ja bei der mal bumper skillschild würde ich auch schon mal 5 xp geben ne aber du brauchst jetzt nicht ja warum denn wird doch trotzdem multipliziert safe is safe ich hab ja schon mal so ein wenig ist da deswegen chill doch mal einfach eure nüsse ja chill du du hast vorhin halt schief gemacht was dir geschenkt wurde ja schon erinnere mich bitte daran den 2275 hp dass ich die facecam ausmache das ist übrigens auch das ding weil ich schneide es gegen und die facecam wird stören also vorherige information ich sag dir nochmal bescheid wegen der facecam ja man sollte auch nochmal betonen ne das keiner beschleunigen sondern ja 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 einfach maus an den unteren rechten bildschirmrand und einfach gar nix machen wer hat denn bei uns ja chill doch mal der safe der safe man auch immer noch kein imp ok sumix hat 450 mir hat mir hat einfach 1080 wenn jetzt stopp wenn jetzt fanta liefen würde würden wir es doch alle bekommen oder ja ich will nicht ja das ist doch jetzt ulo dann ja ich kann ihn wegteleportieren ja ich kann ihn wegteleportieren mit dem displacement ich hoffe halt dass ich dass ihr a die zahlen richtig geschrieben hat und b ich das richtig berechnet habe oder er exo richtig berechnet hat ja ich habe 80 ja ich habe 80 ja ich habe 80 und ebay machen jetzt mal die runde ja es reicht natürlich aber ich carry euch einfach haas war das der carry oh ich habe einen shootingstar egal carried wen ist die frage shootingstar und jetzt habe ich zwei construction und eine displacement bomb danke da ich könnte in dem turn jetzt down sein ich mache euch ja ich mache euch ja nix ne nix ach schon Gott dann rein da mit dem shootingstar den da scheiße der war aber meilenweit weg WTF ich habe gerade über 300 damage gemacht ja ich 200 alleine was ja soviel zu zumbirks mach mal damage ich bin hier raus aber ich kann nicht wir haben noch unter 500 was schieße ich denn jetzt da schönes mach mal ein bumper skills schon ach vielleicht doch ja das könnte hin hauen ach mach ich die cam aus ne eine runde geht noch ja jetzt letzte oh die nehme ich mit okay dann haben wir 20 turns gleich 21 also nicht beschleunigen maus an unteren rechts armer also wirklich drückt bitte in der beschleunigen weil es halt intuitiv ist durch diesen hardcore grind aber das wird es versauen ja komm tausend vierhundert damage wird noch ja genau tausend vierhundert nein kein kill jetzt gehen wir aus oder warte ist nicht safe ist nicht safe ist nicht safe nein Acht 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 ich glaub es ja ne ne ja soll ich jetzt ein fortify rein machen ja ja ich hab auch ich hol mir den kill ihr ist nütz jetzt hat der auch ein m9 ihr kriegt damage ne ihr kriegt damage ne ihr kriegt damage ne ach hau doch ab alter ohne scheiß ihr killt euch doch gegenseitig ich mach die facecam weg und dann nix beschleunigen maus ist untere eck und genießen hoffentlich nix machen ich mach nix bin ich gespannt jetzt mvp hat mir her jawohl da ist es da ist es ich hab Batch and Locks 3 stars immer noch nicht beschleunigen immer noch nix machen immer noch nix machen ja das ist wegen juggernaut also schön ich hab 270 xp auf der AK wann hab ich denn die geschlossen ach jetzt kann man jetzt beschleunigen ne ja ich hab's jetzt durchlaufen lassen also ich bin jetzt halt im Menü ja damit haben wir auch gleichzeitig global rein ich hab in 3 global rein gestiegen man kann mal klatschen für die 7 Unlocks tatsächlich wir haben jetzt Niklas auf 100 gekurriert ähm oh Gott muss ja kurz schauen Amtuvo auf 100 gekurriert klein Ebay auf 100 gekurriert Mihailol auf einen Stern wo steht er da Tandos auf einen Stern und Sumpex und Myself auf 3 Sterne 7 abkreuz eine Session ich hab keine Ahnung wie grad der Schnitt ausgeschaut hat ich hab ich bin äh Sumpex wäre glaub ich rein bist denn du eigentlich jetzt warte mal ich schau das mal kurz nach weil ich glaub wir müssten weil ich bin 3 Ränge grad gestiegen ich bin auch 3 gestiegen ja warte mal ich geh mal kurz xp ich hab jetzt auch 100% yay warte ich schau mal kurz zweieinhalb Millen Sumpex ist 20 xp vor mir 145 146 ja geil geiler Scheiß und Nasty der hinter uns der ist 160 hinter mir und Skatbraun der hat 2.541 also 148 Leute haben die 3 Sterne badge ja da hauen wir mal ein schönes GZ raus an alle ich bedanke mich bei allen für die Planung fürs dabei sein fürs Grinden auch wenn die Zeit manchmal sehr knapp war weil du mal 7 oder 8 Leute eher zur gleichen Zeit auf einen Server koordinieren da aufhör mal fettes Dankeschön dafür ja kein Problem ja ich nehm jetzt grad 34 Minuten auf und ich glaub die ersten 20 kann ich wegschneiden die ganze Zeit weil wir haben aufgenommen bevor wir den ersten Versuch gemacht haben den richtigen Chagana zu finden und das ging ja gut 30 mal schief also auf jeden Fall ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen fürs dabei sein die Folge kommt am 23.12. denke ich deswegen wünsche ich euch ein schönes Weihnachten auch wenn es ziemlich scheiße ausfallen wird dieses Jahr aber kannst nichts ändern ich wünsche euch schöne Weihnachten schöne Feiertage und naja einen guten Rutsch schon mal bis zur nächsten Folge bis zum nächsten Stream haut rein Tschüss Tschüss Tschau schönes Snipe vorne dran wenn das jetzt tatsächlich Only Auto Aim dann wäre dann würde ich das auch bevorzugen wir schauen uns da noch mal kurz in der Firing Range aber ich jetzt eigentlich keinen Bock hab noch ein Deathmatch zu spielen ich meine die Folge ist jetzt nicht sehr lang aber so war es auch nicht geplant das ist ungefähr 16 Minuten je nachdem ob ich die Anfangsthemen rein kann das weiß ich grad noch nicht lass mal keine Ahnung man sieht es natürlich grad sehr gut hallo nimm doch die Map hallo ich will mich verarschen ich will mich verarschen ich will mich verarschen sieht man die überhaupt muss ich die applyen gab es da einen ready button also da sieht man es aber ne hier oben ach das sieht man nicht Parts ist es drauf relativ groß da ist es drauf jetzt wird es aber komisch hier ok man sieht es ja minimal da da holy shit wenn ihr auf Only wenn ihr auf so ein Tank Part spielen wollt und denkt euch greuen nicht 300 Stunden rein oder nicht macht es nicht alter ich kann euch maximal im Primären aus 600% Zoom geben ob ihr das seht in einem Pixelbrauch ich weiß es nicht ich kann es mir nicht vorstellen alter das siehst du überhaupt nicht da ist eine minimale Erhöhung das muss es sein du siehst das Ding ja nicht mal das ist ja lächerlich da oben sieht man es da sieht man es tatsächlich sehr gut aber da sieht man es vernünftig aber diesen Strahl kannst du das schenken weil der Tank ist ja Faktor 10 oder so kleiner im Spielfeld dann siehst du das schon mal gar nicht mehr dann werden aus den 5 Pixeln wird einfach gar keiner mehr und das Ding ist also das ist Bullshit schön und gut dass ich jetzt tatsächlich alle Tank Pods habe ich glaube mit 5 und 10 Millionen gibt es keine mehr mehr wollte ich gar nicht machen ich wollte es dir bloß zeigen dass man etwas freischalten kann ich bleibe bei meinem alten habe ich ja gerade gemacht das ist alles 100% ist auch 100% jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Duschen und fürs dabei sein und ich wünsche euch schöne Weihnachten schöne Tage schöne Festtage ein schönes Silvester sofern wie es halt geht einen guten Rutsch ins neue Jahr wir hören und sehen uns im nächsten Stream lasst einen Like und einen Kommi da für den Aufwand den sich hier tatsächlich einige Leute gemacht haben um in dieser Folge dabei sein zu können wirklich die haben es verdient lasst einen Daumen da macht einen Kommi ich wünsche euch schöne Tage man sieht sich bis dahin haut rein sind alle ready ich bin so angespannt ich habe keine Ahnung warum das ist das wird halt einmal geschickt jetzt warte einfach gucken wir mal Niklas ist es also alle liefen außer Fanta und Niklas nicht bis heute bis heute Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, ich schieße, ich schieße, äh, Chuggerbob. Man kann das ganz easy tatsächlich berechnen, wer wie viel braucht. Wir haben uns alle irgendwo zwischen 30 und 110 XP runtergespielt. Bei einem 3,01er Multi. Die Fanta wird overcharged und denke ich, wie er es eh die ganze Zeit macht. Ich hab den Chalice nicht so gut. Wie viel HP hast du gebraucht? Also wie viel Damage? Chuggernaut hat 6720 HP. Wenn jeder 800 macht, kommen wir da safe durch. Wir nehmen das mal zwei Summix. Was hast du? Apache, okay. Okay, passt. Am Torbus tut mir sehr, sehr leid, fährt sich außer dem zwei Schieß. Ach ey, passt ja, da ist... Die Map ist vielleicht nicht ganz optimal. Ich weiß nicht, ob du den Damage als negativen Damage weiterleidest. Nein. Meins. Hast du schon overcharged? Ja, ich mach ganze Zeit overcharged. Ich hab ne Homing, ich nehm die Drohne, dann könnte ich bald schon safe sein, wenn ich die Homing jetzt so schön treff. Ähm, du machst bei deinen Mates kein Damage. Ja. Äh, Miha, nimmst du die Drohne oben mit? Das heißt, ihr hättet euch stacken können. Ich weiß nicht, was du hast, also wir können dich beide mitnehmen. Vielleicht da unten. Ich brauch mal 350, ich bin der mit dem Höchst. Easy. Ja, ja, wir schauen mal, wenn Thunder noch 2000 Rest hat. Wie hab ich denn jetzt... Ich hab my homing nicht getroffen. Ich hab nur 25 gemacht. Ich hab nichts gemacht. Scheiße, was? So, ja, geil, komm her. Nö. Freut euch dann drauf, wenn wir den Endscreen machen, wir nehmen alle hoffentlich auf. Shootingstar, Michi. Warte mal, ich hab... Ich wär... Ja, geh weg. Geht das hier, wenn du hinterher... Nein, geh weg, wenn du dich selber hinterlässt. Du kannst dich selber hinten. Verpiss dich. Nein, nein, ich mach mal 3. Nicht, dass mal 2 mitnehmen. Vor allem, weil er im Black Hole steht, kann er es nicht mitnehmen. Ich versuch. Egal. Ah ja, nee, das wird nix. Die Stern ist eh weg, ja. Ich muss... Wir müssen dann... Wie viel abher? Noch 5500. Falls gleich jemand an der Bombe droppt. Weil wir wissen ja, wie viel Damage wir brauchen. Oder pro Person. Du machst jetzt nicht selber Damage, man. Nein, nein, das ist alles safe. Was ist mit einem Tofu? Ey, bin ich doch in der Runde drin, weil... Ich weiß nicht mal, wie er war gerade... Hallo, das ist Disco, Alter. Nein, bist du nicht. Nein, du musst neu starten. Du kannst nicht neu starten, sonst bin ich schon drüber. Du bist neu starten. Zumpex wäre drüber. Nein, nein, wenn er liebt, nicht. Dann kriegt er keine XP. Nein, ich krieg keine XP, wenn ich ihn liebe. Warum? Wenn alle lieben, kriegt keiner XP. Ja. Bist du dir sicher? Du kriegst nur XP, wenn du gut bist. Richtig. Ja. Also alle lieben, oder was? Das ist ganz sicher. Ja, ja, doch, wirklich. Alle lieben, bitte Pfandler. Und jetzt kannst du ein Pax nachschauen und... Bitte. Ja, kein Nix mehr. Oh mein Gott. Puh, Alter Schwede. Alter, ich hab's. Ich hab's in Chiefment. Gut, das hat sich dann danach also erledigt. Das hat sich schon gelohnt. Ganz ehrlich, das ist schon. Ich wusste gerade echt nicht, dass du nur XP bekommst und du down bist. Alles nicht? kabul. Ich hör's hier nicht, dass du auf das Dahle gehst.